Was geht hier vor? Das ist Zhongli, der große Champ. Er ist noch nie besiegt worden. Er hält alle möglichen Rekorde. Eingeschlossen den schnellsten Kyo. Er hat sogar beim letzten Komitee einen getötet. Ja, er hat den Pechvogel direkt in den Hals getreten. Der arme Kerl ist noch auf der Matte gestorben. Und Zhongli stand daneben und grenzte. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1.